...einen Mann nicht verschont. Seine langjährigen gesundheitlichen Beschwerden, auf die er während der vergangenen 18 Monate im Riederstand gegen die Corona-Maßnahmen keinerlei Rücksicht nahm, haben dazu geführt, dass er völlig erschöpft war. Bereits auf dem Weg der Besserung ist er über Nacht eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Für Karl hat der Kampf friedlich geendet. Habe die Ehre, Ruhe und Frieden. Ja, und wir denken, Karl Hilz ist es wert, dass wir auch in die Denkung mit einer Steigerminute. Und heute bitte ich ganz besonders auch die anwesenden Polizisten für ihre ehemaligen Kollegen, den Polizisten Karl Hilz, die Steigerminute mit zu gedenken und vielleicht auch die Mützen abzunehmen, wenn sie den einen aufhaben, das gebührte Anstand. Danke. 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 Danke.